Magath kritisiert Löw. Felix Magath hat Bundestrainer Joachim Löw für dessen Entscheidung, Benedikt Höwedes als Linksverteidiger einzusetzen, kritisiert. Für ihn sei Höwedes kein Linksverteidiger, sagte der ehemalige Schalke-Trainer im ZDF. Er habe nicht die Fähigkeiten, das Spiel auf dieser Position positiv zu beeinflussen. Der 60-Jährige plädierte zudem für Philipp Lahm als Linksverteidiger, obwohl sich dieser vor der WM dagegen ausgesprochen hatte. Es sei eine Sache, was ein Spieler wolle. Entscheidender sei aber der Erfolg der Mannschaft und das Team brauche Lahm auf der linken Seite, so Magath. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke will dem FC Bayern München nach dem Einstieg von Investor Ivonik zukünftig noch mehr Paroli bieten. Man sei durch diesen Deal noch immer nicht auf Augenhöhe, mit dem Bayern komme aber etwas näher, sagte der 55-Jährige des Sportbild. Natürlich werde man weiterhin in die Mannschaft investieren und das Gehaltsgefüge nach und nach anheben. Man wolle irgendwann dahin kommen, dass die Spieler nicht mehr so leicht weggekauft würden, so Watzke. Schieberwechsel vor Abschluss Der Transfer von Julian Schieber von Borussia Dortmund zu Hertha BSC Berlin steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Wie die Berliner Zeitung berichtet, soll der 25-Jährige rund 2 Millionen Euro Ablösekosten und einen Vierjahresvertrag bei den Berlinern erhalten. Der Medizincheck in der Hauptstadt soll am Donnerstag erfolgen. Schieber wechselte im Sommer 2012 vom VfB Stuttgart zu den Dortmundern, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Fee plant mit Werner Stuttgarts Trainer Armin Fee hat dem Verkauf von Youngster Timo Werner eine Absage erteilt. Er sei unverkäuflich, sagte der 53-Jährige im Interview mit der Sportbild. Als Verein brauchen wir Spieler, mit denen sich die Fans identifizieren würden. Werner sei jemand, der diese Rolle einnehmen könne und werde sich beim VfB großartig entwickeln, so Fee. Werner spielt seit seiner Jugend für den VfB. Sein Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2018. WM aktuell, wir sind ganz nah dran.